Ui! Ich habe keine Ahnung, was wir in dieser Folge angehen. Aber schauen wir mal, ob Bibi schon etwas Neues hat. Anscheinend nichts. Okay. Dann Pock. Nein. Bibi weiß noch nicht mehr über Relikte. Logbuch, vielleicht finden wir die Salarianischache. Ryder, Gio, Alice in Fold. Mit Leben nach Bromo Modus. Das könnten wir sonst auch noch machen. Vielleicht weiß es. Kelo, was für die Salarianischache. Ryder, würden Sie mir mal Ihren Zugang zum Forschungsraum leihen? Wofür? Nichts Besonderes, ich würde nur gerne in meiner Freizeit ein kleines Forschungsprojekt durchführen. Oh, Sie würden mir helfen? Sicher, wenn ich kann. Sui, würden Sie bitte für eine Weile das Steuer übernehmen? Es ist nur ein Entwurf, aber alle Daten, die wir über die Geißel gesammelt haben, sollten auch genutzt werden können. Ist das unser Antriebskern? Ich will neue Systeme entwickeln. Sensoren, Schilder, EMP-Abwehr, damit jedes Schiff gegen die Geißel bestehen kann. Ich benutze Lucilles alte Baupläne als Basis. Ich kann sie in meinem Gedächtnis lesen. Aber wenn Sie und Sam mir helfen könnten, würde ich das sehr begrüßen. Wenn es ums Hacken oder Interfacing mit den Relikten geht, bin ich dabei. Aber das klingt nach einer Aufgabe für einen Spezialisten. Der Mann, den Sie wirklich brauchen, ist... Gil. Ich weiß. Wir reden kaum miteinander. Ich dachte, das sei das Beste. Andererseits haben erst Gils Neuerungen mich zum Nachdenken gebracht. Komisch. Die meisten Salarianer sind ganz wild auf Innovationen. Wenn er Ideen hat und Sie die Spezifikationen kennen, wäre das doch eine vielversprechende Kombination. Machen Sie was draus. Wir vergessen gerne, dass unsere Technologie nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist. Jemand hat sie erfunden. Jemand mit Herzblut. Schon richtig. Es müssen neue Dinge erfunden werden. Neue Erinnerungen geschaffen. Also, Gil. Irgendein Tipp, wie ich ihn fragen könnte? Gil, haben Sie kurz Zeit? Ich brauche Sie im Forschungsraum. Schon unterwegs. Stille. Was ist denn? Ihr großartiges Schiff läuft doch jetzt genau so, wie Sie es wollten. Ich arbeite an neuen Systemen. Gegen die Geißel. Ich... könnte Ihre... Expertenmeinung gebrauchen. Bitte. Streckt nach alter Schule? Ich... nicht unbedingt. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Aber Sie brauchen bessere Sekundärsysteme. Hier. Oh. Hey, Vetra. Wolltest du mit mir reden? War noch echt was? Hey, Ryder. Nip. Sie haben bestimmt viel zu tun. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ähm. 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 Irgendwas hier? Nein. Dann. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss für die Solderianische Ache. Oder ob das nach der nächsten Hauptmission erst kommt. So wie wahrscheinlich Bibis neben der Mission. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ob die Karte irgendwas sagt. Ich meine, ich kann einfach Sonnensysteme mal scannen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ob ich das Backe mit den ganzen Ladebildschirmen. Mit den hässlichsten. Ooooooh. Mh. 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 Das ist sehr voll. Auf unserer Reisen gewinnen wir langsam einen besseren Überblick über die Geissel. Ich frage mich, ob das nur in Helios so ist? Oder überall in Andromeda? Okay. War das wirklich nutzlos? Nutzlos! Ja. Das hat keinen Sinn, oder? Oh, was passiert, wenn ich darauf irgendeinen Planeten anfliege? Passiert überhaupt was? Oh, das ist einfach random scanning für Sourcen. Das dauert zu lange. Das wollte ich in den anderen Mass-Effektern auch nicht. Ja, toll, cool. Red, guck. Cool, cool, cool. Oh, ja. Daraus hier. Machen wir jetzt erst Lebens-Pro-Modus-Dings. Ähm, was da? Da. Und dann schätze ich, muss ich mit der Hauptmission weitermachen, dass da überhaupt was passiert. Oh. Mh. Das Pissier-System. Heimat von Eos und Prodromos. Was war's? Das Pissier? Endlich gibt's Musik-Wendern. Ich weiß nicht, warum das am Anfang so schlecht gemischt war. Weniger geht weg. Weniger ist. Hoffen wir es in Weniger haben wir. Lavanat, naja. Bleiben wir einfach bei der guten Kombi. Braucht gar nichts rum experimentieren, ja. Ah. Fürs Fahrrad haben wir neue Tarnungen bekommen. Junker. Dreck. Da schreibt Platin. Nennen wir Platin. Wen haben wir mitgenommen? Leite Sinkflug ein. Horror Bibi wahrscheinlich. Ah. Ja. Eos, wir kennen's. Der interessante Wüstenvermüt. Interessant. Der interessanteste Planet, den es gibt. Das sind nicht meine Fußstopfen. Er lügt. Okay. Planeten werden immer interessanter. Ria hat in der Nähe etwas markiert. Er sollte dabei sein. Ausstattung. Ausstattung. Ja, ja. Muss. Wen rauswerfen. Sorry, Bibi. Team Mensch. Oh, was habe ich? Nein. Das hat gerade keinen Sinn ergeben. Team und der Mann ist Mann. Egal wie viele andere Menschen er verbrennt. Pro Drohmaus ist bereit für die Veranstaltung. Die Begegnung kann losgehen, Pathfinder. Zeit für Zivilklamotten. Es wird heiß. Wir spielen Fussball. Wir spielen Fussball. Wir spielen Fussball. Eigentlich eh cool. Wie haben Sie das hingekriegt? Ach, man braucht nur einen Ball und ein Feld. Hassel hat das früher in Flüchtlingslagern gemacht. Damals habe ich's nicht kapiert. Aber nach dem Angriff hier und dem Scheiß mit Varans Rettung wollte ich etwas Einfaches probieren. Was denken Sie? Es ist cool. Fussball ist cool. Wird den Leuten guttun, mal nicht an den Mist da draußen zu denken. Es ist mehr. Ich will sie nicht ablenken. Wie auch? Wenn es um Leben und Tod geht, kann man nie ganz abschalten. Aber hier stehen keine Leben auf dem Spiel. Sie sind hier, weil sie es wollen. Mir war nie klar, wie wichtig das ist. Vielleicht hören wir ja so auf, Fremde zu sein. Sehen Sie das? Foul. Freistoß wegen Foulspiels. So lernt man sich kennen. Was ist? Oh, Beachvolleyball wäre cooler gewesen. Danke, Liam. Wofür? Sie haben viel mehr geleistet. Wenn Sie meinen. Na schön. Gern geschehen. Na los. Wollen wir mitspielen? Los geht's. Der Pathfinder darf doch nicht fehlen. Und mit voller Rüstung am besten. Nicht viel. Ich bin total scheiße. Oh ja. Das Fussballfeld weg. Oh. Oh. Oder will auch mit Fussball spielen. Okay. Ja, ist eigentlich cool. Und das war's hier auch, oder? Oder? Keine deinen Feind. Wo else? Also kann ich wieder zurück auf die Nexus. Okay. Sind im Steigflug. Ist eine Mini-Cut-Sinn halt. Aber cool. Das gehört schon dazu, dass man irgendwie den Leuten Sport bieten kann. Ich glaube, wenn man auf einen neuen Planeten einseedelt. Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wo else? Könnt ein Feind. Ich kann nur das Ladebildschirm jetzt. Wenn es mir ins Auge stechen wird. Wie ein Messer. Ach. Ach, verdammt. Kennet ein Feind. Kennen wir. Kennen wir. Beginne mit dem Anflug. Volt Orbit ist stabil. Kommen wir ran. Ich weiß nicht, wer ich da mitnehmen muss. Ich hoffe, ich muss niemanden Spezial mitnehmen. Lassen wir das Team einfach. Lassen wir. Ranlayer. Wir nähern uns der LZ. Geil. Lassen wir mich endlich rumfahren da. Wo ist mein Auto? Da. Nomad. Schaut einfach nur vor Schneid aus. Ich hoffe, dass ich nicht da wieder rumieren muss, dass ich den finde. Die richtige Mission hier. Ah, ich werde wahrscheinlich rumieren müssen. Jo. Okay, das ist leicht gekennzeichnet. Ein beeindruckendes Überwachungssystem. Raylis? Das bin ich. Ja, ich bin Raylis. Wow, Sie sind tatsächlich gekommen. Sie sagten, Sie haben Informationen. Das kann ich nicht ignorieren. Ich hatte nur nicht erwartet, dass Sie selbst kommen würden. Wie auch immer, ich sollte zum Punkt kommen. Ihr Angriff auf die Aufstiegseinrichtung hat die Kett versprengt. Sie versuchen jetzt, wieder Ordnung in Ihre Operationen zu bringen. Unsere Speer melden verstärkte Kettbewegungen in bestimmten Gebieten von Volt. Es ist aber nicht das Militär, sondern Schiffe für Wissenschaft und Forschung. Dann könnte es also mit dem Aufstieg zu tun haben. Oder der Einrichtung eines neuen Aufstiegslabors. Das denke ich auch. Aber in jedem Fall bedeutet es Ärger, wenn die Ketts sich organisieren. Wir haben nicht die Tech, um in ihre Basen einzudringen. Aber jemand muss sie aufhalten. Ich gehe der Sache nach, wenn ich kann. Mehr kann ich nicht verlangen. Danke, Ryder. Ich sende umgehend den Nerfpunkt. Okay, was auch immer das für eine Nebenmission ist. Mich hier raus zu deportieren. Hier drüben. Das zum Ersten. Keine Ahnung, was das für eine Nebenmission ist. Kommt mir nicht bekannt vor. Ich glaube nicht nach was Interessantem aus. Ah, mal schauen. Oh, wir haben schon viel Boost. Hat jemand Lust auf, was ist dir lieber? Haben Sie gerade gefragt, ob mir, was ist dir lieber, lieber ist? Der war gut, Cora. Ah. Ich verstehe nicht, ich höre nicht. Ernsthaft, Ryder? Sie haben keine Musik mitgenommen? Sorry. Das hier sieht aus wie ein Forschungs-Außenposten. Das schaut aus wie jeder andere Außenposten. Wir haben Ziele. Wir sind schon dran. Wir haben die Ziele geklitscht. Bye. Achtung, Kat. Nein, echt? Ich bin nicht nur noch. Ich gebe deine Ziele. Hm. Total in der Mitte. Aus dem Gerät ist ein Audiolog gespeichert, Pathfinder. Cat? Wir brauchen eine Übersetzung, Sam. In Arbeit. Der angaranische genetische Code, der als Projektion eines bioelektrischen Feldes vorliegt, wurde isoliert. Der Prozess der Integration in unser eigenes Genom läuft. Erste Erfolge wurden dokumentiert. Nach Abschluss wird die Anpassung bei allen ältesten Inhalte vorgenommen. Die Fähigkeit kann sich auch im Rahmen von Soldatenbasiskonfigurationen als nützlich erweisen. Alle Forschungsergebnisse wurden dem Reich übermittelt. Der Aufstieg soll nicht nur mehr Cat erzeugen. Das Ganze ist ein Austausch. Die Cat werden stärker, alle anderen werden vernichtet. Hier ist bestimmt noch mehr zu finden. Gehen wir weiter. Noch ein Audiolog entdeckt. Hören wir es uns an. Übertragungen von Heimatwelt nicht gesteckt. Möglicher Zusammenbruch der Verbindung und falsche Handhabung der Informationen. Untersuchung läuft. Logs werden in Kürze aktualisiert. Hey, Post geht verloren. Ein universelles Problem. Ich frage mich, ob wir die nachfolgenden Logs auch finden können. Alle Übertragungen scheinen fehlgeschlagen zu sein. Teile des Teams haben die Vermutung geäußert, dass bewusst verhindert wird, dass unsere Forschung Jelius verlässt. Eine unruhigende Implikation. Stelle Thema für den Moment zurück. Unternehme Schritte zur Verifizierung, dass die Primärkommunikation noch aktiv ist. Ich empfange den NAV-Punkt für eine weitere CAT-Station. Wahrscheinlich ihre Primärkommunikation. Wenn wir diese Kommunikationsstation ausschalten, können die CAT dann nicht mehr nach Hause telefonieren? Ah, der war gut. Der war gut. Der war gut. Ah, der war böse, aber gut. Wo ist mein Auto? Ah ja, hier. Das ist Survives. Ah, was habe ich gerade gemacht? Ich muss nochmal rein. Was soll das machen los? Kettgene erfasst. Ja. Information gespeichert. Pathfinder. Diese Proben enthalten alle dieselbe genetische Sequenz. Zunächst scheint eine Familienzugehörigkeit vorzuliegen, aber das Genom weist Anzeichen einer Modifikation auf. Die Sequenz entstand wahrscheinlich einem einzigen Individuum und wurde anderen CAT eingesetzt. Der Archon. Der Aufstieg. Kontrolliert der Archon die CAT dann deshalb, weil sie ihn als Stammvater begreifen? Oder gibt sein Rang ihm das Privileg, seine Gene derart weiterzugeben? Eine kulturelle Frage, die nicht in mein Ressort fehlt. In jedem Fall ist unser Fund für das Wissenschaftsteam auf der Nexus bestimmt von großem Interesse. Und jetzt hier rüber. Ich denke komischerweise ein bisschen Farb geklitscht da drinnen. Das war das Fund für. Die Soldaten hört man ja alles Mögliche. Hört man oder sieht man in billigen Actionvideos? Egal jedenfalls. Diese Jägerinnen jagen, sie sabotieren, sie führen Attentate aus. Alles offiziell sanktioniert. Und das fanden sie in Ordnung? Ja. Fanatische Citadel Gegner eliminieren oder das Krisenteam später das Blut aufwischen lassen? Da hat man nicht wirklich die Wahl. Auch hier rein, da. Da wären wir. Kommunikationsaußenposten der CAT. Nein, können wir nicht. Oh, ich wollte den Wegschießen. Oh, dammit, Liam. Was hast du mich genannt? Was hast du mich genannt? Oh, nette Brascher. Ich bin hier. Granate kommt! Einmal noch. Nein! Liam! Verdammt! Was tut das? Ah. Spaßverderber. Liam, die Spaßbremse. Ah. Verdammt. Das zifft mich jetzt an. Der Archon ist gar nicht der oberste Anführer der CAT. Es gibt mehr von seiner Sorte überall in Andromeda. Alle sammeln genetische Informationen und senden sie nach Hause. Primus, Kommunikationsbefehle müssen erläutert werden. Der Archon befiehlt eine Übermittlungssperre aller Angara-Daten an das Reich. Ach. Er verstößt damit gegen das Protokoll. Moment. Verstößt der Archon etwa gegen die Vorschriften? Kommunikation. Nur der Archon weiß von der veränderten Lage in Helios. Wenn der Archon der Ansicht ist, dass Protokolle nicht zu unserem Nutzen sind, sollte seine Weisheit akzeptiert werden. Er ist die Stimme des Senats in Helios. Also muss ihm gehorcht werden. Da folgt jemand genau der Parteilinie. Okay. Ich weiß nicht, warum die Arlius sich gerade so zerfetzt hat. Aber ich habe es bewegen müssen, damit es nicht zu schlimm ist. Es klingt, als würden die Cat langsam daran zweifeln, ob der Archon das Richtige tut. Wenn das so weitergeht, könnte das gut für uns alle sein. Und jetzt? Wahrscheinlich können wir nichts unternehmen. Aber Konflikte zwischen Parteien werden selten in aller Ruhe gelöst. Dann müssen wir ab jetzt unsere Augen und Ohren aufsperren. Mit etwas Glück passiert ja was. Abwarten. Natürlich. Abwarten sollen wir. Ja. Ha. Ja. Ja. Abwarten. Natürlich. Ja. Ha. Okay. Rumpel. Okay. Dann Richtung neben Mission. Meine Hauptmission. Komm mal, dass Bibis neben Mission erst nach der nächsten Hauptmission geht. Hm. Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Ja, muss ich hier. Ah, okay. Anscheinend habe ich keine andere Wahl. Genug mit anderen Leuten herumgeorbitet. Gesprochen. Gil, hier ist dieser Cat-Transponder. Der Spion hat darüber seine Befehle erhalten. Was brauchen wir von ihm? Den Ort, mit dem er verbunden ist. Damit müssten wir dann das Schiff des Archons finden. Hm. Okay. Glauben Sie, Sie kriegen das hin? Ich habe mir die Cat-Tech angesehen, die wir bisher gefunden haben. Wir sind zwar in einer anderen Galaxie, aber die Gesetze der Physik gelten auch hier. Die Kommunikationsmöglichkeiten im Weltraum sind begrenzt. Hier. Versuchen Sie's mal. Haben Sie etwa eine Verbindung? Scheiße, schalten Sie's ab. Vorsicht! Das ist eine Direktverbindung zu Leuten, die jeden auf diesem Schiff ermorden wollen. Sam. Ich habe die Koordinaten. Das Signal führt zum Terfino-System. Wollen wir das wirklich durchziehen? Eigentlich wissen wir noch zu wenig, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wusste, die Reise nach Andromeda würde gefährlich werden, aber scheiße. Das hier ist gefährlich. Nur wenn wir sterben. Ähm. Okay. Okay. Was kann ich jetzt mit Bibi über ihr Geheimprojekt reden? Über Traum. Oh. Nein. Ja, ich habe ein neues Reliktprojekt in Arbeit. Okay. Jo. Du hast gesagt, du hast was in Arbeit. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Das ist nochmal der gleiche. Nur keine Sorge, Ryder. Danke. Darauf können Sie wetten. Muss ich mit dem Ding da reden? Ja. Ähm. Ähm. Hey. Klar. Wie geht Ihr aktuelles Projekt voran? Beide Beobachter funktionieren entsprechend ihren Spezifikationen. Meiner wird nie solche offensiven Fähigkeiten besitzen wie ihrer. Pock ist einfach nur ein Spielzeug, das mir Gesellschaft leistet. Die Art von Gesellschaft, die ich jederzeit abschalten kann, ohne dadurch ihre Gefühle zu verletzen. Ähm. 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 Danke für das Gespräch. Darauf können Sie wetten. Ähm. Was? Ähm. Was? Ähm. 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 Äh. Äh. Was zum Teufel was? Ich bin leicht verwirrt. Ich bin leicht verwirrt. Pock, Pock, Pock. Du wirst wegbereiter für viele große Dinge sein, mein Freund. Hallo. Sie heißt Pock? Ja. Proof of Concept. Um Sie von Zap Ihrer aufgemotzten Kampfversion zu unterscheiden. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das hat mich grad verwirrt was. Zap. Zap. Gefällt mir. Ja. Hat was. Die Speicherbox aus dem Gewölbe auf EOS war der Schlüssel zu allem, einschließlich des Einbaus der Reltech, die Sie mir gebracht haben. Aber unsere neuen Beobachter-Freunde sind erst der Anfang. Ich arbeite jetzt an etwas, das noch größer ist. Ich bin ganz ohr. Also folgendes. Wir können nur nach Relikt-Signaturen scannen, die wir bereits kennen. Mein Scanner macht das rund um die Uhr. Aber wenn ich die richtige Reltech einbaue, können wir den Cluster nach beliebigen Relikt-Signaturen durchsuchen, auch nach solchen, die wir nicht haben. Mein Scanner wäre dann buchstäblich ein Relikt-Geheimnis-Detektor. Ihre Begeisterung ist ansteckend. Sagen Sie das nicht, Lexi. Sie würde sofort nach einem Heilmittel suchen. Ich bin nach Andromeda gekommen, um das Unbekannte zu berühren, um zu finden, was noch nie gefunden wurde. Sobald ich diesen Scanner perfektioniert habe, werde ich genau das tun. Ich brauche dafür lediglich drei bestimmte Reltech-Teile. Das kriegen wir hin. Sie sind der Hammer. Pog und Sepp finden das auch. Ich habe das erste Teil bereits ausfindig gemacht. Es ist auf EOS. Ich lade die Koordinaten hoch. Oh, hätte das nicht früher kommen können. Ah, verdammt. Okay, wir müssen Schnitzeljagd machen mit Bibi, bevor wir da... Ihre Hauptmission. Leute, Mission. Lass mich raten. Dann geht es wieder zurück nach Volt. Oh, verdammt, Bibi. Das... Oh. 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 Verdammt, der Laut. Oh. Oh. Da wird nur noch Pisse verstanden. 5.42 Uhr erst. Was kann man da machen? Reliktz. Ich war doch schon hier. Ladezahn auf Eos. Ja, und ich muss Bibi mitnehmen. Nehmen wir das Mädelteam mit. Vielleicht verstehen die sich jetzt schon besser, nachdem sie die perfekte Assyrianische Buffein... Verdammt, Kel unterbricht mich nicht. Perfekte Assyrische Buffein darin jetzt haben. Verdammt, ja. Habe ich den Namen richtig ausgebrochen? Ich weiß es nicht. Das ist so ein Name, den ich mir nicht merken kann. Das ist ein Name, den ich mir nicht merken kann. Ja, der war nicht gut. Der war nicht gut. Team. Assemble. Gut, passt. Prüfung bestanden. Wo müssen wir hin? Hier unter. Okay. Das Ding. Nein, keine Drohne. Drohne, Drohne. Nein, danke. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das sieht nicht gut aus. Ich bin in eine andere Farbe. Ach, am nächsten Geneten. Perfekt für Eos. Langweiliges Chrome. Das ist ein Puffer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, einen Krieg für jemand anderen zu führen. Ich war dort, um zu lernen. Was lernen? Geduld. Offensichtlich. Ja, ja. Die mögen sich. Ah, schon, klar. Zu viel. Komm ich da nicht runter? Komm schon. Geht doch. Die Outland-Spitze. Sie ist praktisch von überall zu sehen. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Okay. Warum schaut dieser Baum da unten so komisch aus? Das war ich noch nie. Da ist gleich was. Oh, nur für Bibi. Baut wieder eine coole Brücke. Nein. Nein. Ja. Schleller. Ganz spannend. Ich brauche keine Brücken. Hier sind wir richtig. Suchen wir die Tag, die wir brauchen. Hier ist das erste Teil der Ray-Tag, PB. Fantastisch. Fehlen noch zwei. Synchronisation mit meinem Scanner läuft. Das zweite Teil ist auf Haval. Lade Koordinaten hoch. Wir beanspruchen diese Steffel. Initiative abschauen. Wasser. Herunter mit euch. Wir sind wohl nicht die einzigen, die an dieser Tag interessiert sind. Zwei Gunganer. Ich fühle mich geehrt. Ziel neutralisiert. Ich bin so gut gewesen. Ich bin so gut gewesen. Die Spinne. Schält einfach rum. Hol' ihn dir, Spinne. Hol' ihn dir. 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 Oh, nein, keine Drohne. Ich muss. Oh, verdammt. Dann werden wir zurück nach Eos. da geht es am schnellsten wieder aufs Schiff rauf die Bibitech-Sammel-Mission sind im Steigflug okay weil die Solareanische auch überhaupt nicht sind dabei muss fast sein nein so ich muss noch ein paar Minuten 40 Minuten noch ja Ich bin mir sicher, das letzte wird auf World sein. Machen wir zwar nicht, aber was war das sonst noch neu, das schaut neu aus. Ich werde nur, bis Korra Bibi fragt, was sie von der neuen Assyrianischen Wachfeinerin hält. Ja, und natürlich vom Thurianischen auch, der ist ja auch wichtig. Okay. Wo? Hier. Wo? Das glitscht überhaupt nicht. Ignorieren. Ignorieren. Ziele ausgeschaltet. Let's go. Let's go. Oh, 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 oh. Got it on. Oh. Oh, nicht ich. Tschüss. gute arbeit ich hoffe dass dass es hier kein passel gibt jetzt dass ich brauche jetzt in die passels hier drinnen das ist nicht cool gewesen es gibt passelst natürlich das ist einfach ein labyrinth ich mag die reliktgewölbe nicht tote banditen hoffentlich ist die relativ die ich brauche noch hier da kommen sie das ist es nicht wert sie sind alle tot jetzt sind sie hier ich bin geliefert richtig sie sind jetzt in schwierigkeiten jetzt wir sollten hier alles bis zu ihrer ankunft säubern aber es waren einfach zu viele von diesen verdammten bonds dieser bande sind wir alle total egal erzählen sie mir was über sie ich bin neu ich kann ihnen nicht viel sagen der kroganer heißt krank oder kranket oder so er befehle ich die einsatz trupps mehr weiß ich nicht nehmen sie das wichtigste teil von hier ich bin offiziell im ruhestand ich wette das ist das zweite teil das sie brauchen pb doch nicht wo es ich kann mir wahrscheinlich nicht raus teleportieren oder ach komm schon lass mich raus hier und dann werden wir halt den langen weg rundherum und nicht mal musik hier drinnen wenn die wände dann coole musik in diesen gewöben herhalten aber nein nicht mal das nicht mal coole musik ob möchte sein die menschen sind irgendwie die interessantesten gegnern in diesem spiel oder die ausgestoßenen die relikte sind nicht wirklich so spannend zu bekämpfen und die anderen bösewichte wie auch immer die gerade heißen sind auch ziemlich bad und die großen bosse die die haben mit den schilden und den kleinen vasa oder uhrer und am wenigsten interessant jetzt sei es schlecht vermasselt nein es geht es geht keine unnötigen kämpfe hier und auch nur Frieden oder ausgestoßen oder ausgestoßen 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 Na, da haben wir ein bisschen Musik. Aber warum ist es weg? Hm. Wenn du das sagst. Oh, es wird ein Portail draußen. Ryder. Ryder. Kellogs. Okay. Da ist Kidera. Es ist wieder ein langer Weg runter. Dann füllen wir Musik. Yay. Was ist der Fettogena? Okay. Wir sind jetzt im Orbit von Kidera. Kann ich direkt in meinen... Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Kann ich direkt in meiner... Wie heißt das Ding? In meiner Außenposten landen. Oh, ich weiß nie, was die richtige Taste ist. Okay, das war die richtige. Passt. Passt schon, passt schon. Sonst wäre ich wieder ins Weltall geflogen. Auf The Tempest. Ob es etwas Neues gibt. Schaut nichts aus. Eigentlich wäre es ganz hübsch hier, wenn das brennende Wasser nicht wäre. Und die Exzellenten. Und der Geruch. Ach. Okay. Genau hier. Was ist hier? Gehen wir jetzt nach Hause. Kann ich mich nochmal von dem kleinen Minijet-Flugzeug zusammentriffen, laschen. Oh, die schaut gut aus, die Daumen. Besser ist das. Was war das? Chrome? Da 10? Eins von beiden. Sie irren sich. Alien-Kulturen müssen voneinander lernen. Sich verändern. Wachsen. Geht das schon wieder los? Welchen Sinn hätte sonst die Initiative? Äh, neue Sachen finden? Nicht ständig das Alte wieder aufwärmen und immer beim Gleichen landen? Die Asari-Kultur ist alt für Sie, aber nicht für uns. Natürlich, Matriarchen. Können wir jetzt wieder über was Interessantes reden? Bin ich die Konkurrenz? Sieht aus, als würden hier Banditen lagern. Oh, mein Gott. Hey,арfalders. Ich bin doch in den Fliegen schicken. Ach, Korra. Suchen wir das Teg-Teil, das Pipi braucht. Wollte den Fliegen schicken? Über... Leer. Aber da ist ein Datenpad. Scheint eine Nachricht für uns zu sein. Hoffentlich haben meine Jungs einen guten Kampf geliefert. Aber sie sind zu langsam, Paarfeinde. Ich habe bereits, was sie suchen. Ich treffe sie und ihre Asari in Kildera Port. Sie können die Teg von mir kaufen. Ende. Ich brauche dieses Tile Rider. Dann haben wir jetzt wohl eine Verabredung mit einem nervtötenden Banditen, der sich für eine ernsthafte Konkurrenz hält. Ah, der Report ist wieder die Stadt, oder? Yep. Ich komme wieder rauf. Yay. In Skidera Port. Ich weiß, okay? Ich hätte Sarissa nicht vertrauen sollen. Ich hätte mich daran erinnern müssen, dass sie genauso fehlbar ist wie ich. Hab ich aber nicht. Zufrieden? Ich wäre zufriedener, wenn sie erstmal irgendwas erschießen. Ich auch. Ah. Ich habe jetzt gar nicht über Averdania geredet. Perfekt eingepackt. Ich glaube, jetzt geht dann erst Bibis neben sie und los. Die Kisten bewegen sich nicht von selbst, Leute. Hey. So viel Arbeit. Verdammt. Was wollt ihr von mir? Was bist du ja? Ja, das bin ich. Das ist der Badass ever. Da. Mist. Sack. Sack. Da. Du. Baby, wo ist er? Wir werden es nicht glauben, aber gerade hat so ein Typ versucht mir eine Thermoskanne. Warten Sie darauf, dass dieser Kroganer auftaucht? Ich muss ihm nur die Reltech abkaufen, damit ich meinen Relikt-Scanner perfektionieren kann. Er und seine Leute tauchen bei allen Ruinen auf, die wir durchsuchen. Das kann einfach kein Zufall sein. Ich denke, sie könnten uns vielleicht irgendwie folgen. Das ergibt Sinn. Trotzdem wäre es gut, wenn wir es mit Sicherheit wüssten. Ich arbeite daran. Ryder, bitte kommen. Wir haben ein Problem. Ich höre, Callow. Wir hatten hier einen Eindringling. Er hat sich an Bord und in Peebies Quartier geschlichen. Ihr Bot ist weg. Pock? Sind auch noch andere Bereiche betroffen? Wir gehen gerade alles durch. Aber ich glaube nicht. Sie haben ein beeindruckendes Stück Reltech und eine aufgezeichnete Nachricht hinterlassen. Ich übermittle sie jetzt. Ryder, hier ist Kalinda Teref. Palisarias. Na ja, als was auch immer sie mich inzwischen bezeichnet. Danken Sie ihr bitte von mir für den schicken Bot. Ich nehme an, die Reltech, die meine Crew an sich genommen hat, kann als adäquate Bezahlung betrachtet werden. Oh, und Sie müssen nicht auf meinen kroganischen Freund Kranit warten. Er und seine Banditen arbeiten für mich. Tara. Verdammt. Warum kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich vermute, Sie beide hatten eine Beziehung. Wieso? Glauben Sie, sie ist auf mich fixiert oder so? Um meinen Scanner fertigzustellen, brauche ich Zugriff auf die Speichereinheit in Pock. Kalinda war schon immer anstrengend. Für einen Kick würde sie alles tun. Und wenn sich dabei auch noch Profit machen lässt, umso besser. Es tut mir leid, dass Sie in diesen Mist mit reingezogen werden, Ryder. Aber Sie müssen sich damit nicht befassen. Ich regle das schon. Versprochen. Hey, wir stehen das gemeinsam durch. Äh, danke. Sobald ich einen Ansatz habe, wie wir Pock zurückbekommen können, melde ich mich. Oh, das Miststück hat mein Bot gestohlen. Das Miststück hat mein Bot gestohlen. Ich meine mein Job gestohlen. Nein, Bot. Es war doch Bot. Okay, schauen wir mal. Was ist da drinnen, Aschert? Oh, ein Karawachen. Das hat sich mal verändert. Nichts zu Schritt warten. Wer sitzt jetzt oben? Ah. Ah. Porthfinder. Schön, Sie wiederzusehen. Porthfinder. Sie haben es weit gebracht. Sagt man das so bei den Menschen? Wenn man Freunde in hohen Positionen hat? Der Scharlaton und ich waren uns einig, dass es für alle das Beste ist, wenn ich das Gesicht von Kadara Port bin. Die Verbanden sind aus dem Hafen verschwunden. Nicht alle. Katis jammert nach wie vor in seiner Zelle. Aber die anderen wurden verstreut. In den Badlands soll es noch jede Menge von ihnen geben. Seien Sie vorsichtig. Viele geben Ihnen die Schuld an Sloans Tod. Ich nehme Katis ins Team. Das ist cool. War es schon immer der Plan, dass Sie Sloans Platz einnehmen? Es war eine Bedingung für meine Kooperation. Ja. Als Sloans angaranische Vertreterin hatte ich mehr Zugang zu den Verbanden als der normale Bürger von Kadara. Außerdem konnte ich die Angara auf die Seite des Kollektivs ziehen. Ich nehme an, Sie kennen die wahre Identität des Scharlatans. Ich bin eine der wenigen Auserwählten. Ich habe ihm schon früher gesagt, er soll sie einweihen. Aber er hatte Bedenken, was sie davon halten würden. Das war wirklich süß. Wie ist die Stimmung in Kadara nach Sloans Tod? Ich bezweifle, dass uns jemals alle unterstützen werden. Aber mein Volk ist froh, dass es wieder unter angaranischer Führung steht. Sloan hat sich viele Feinde gemacht, sogar unter ihren Leuten. Es ist eine willkommene Veränderung. Macht es Ihnen keine Sorgen, dass die Leute denken könnten, sie wären nur eine Repräsentationsfigur für den Scharlatan? Mein Hintern sitzt nicht bloß auf diesem Stuhl. Der Scharlatan hört mehr auf mich, als Sloan es je getan hat. Was werden Sie mit Katis machen? Am sichersten wäre es, ihn hinzurichten. Aber der Scharlatan hält ihn für wertvoll. Ja? Er war für uns Vertrauter. Der Scharlatan wird ihn nicht töten, bis er jedes schmutzige Geheimnis von ihm erfahren hat. Ich nehme ihn ins Team. Ich sollte jetzt gehen. Bis bald, Pathfinder. Ich nehme ihn ins Team. Oh, Charles, was machst du denn hier? Sie hatten recht, Ryder. Nachdem der politische Konflikt jetzt beigelegt ist, finde ich Kadara Port richtig angenehm. So angenehm, so angenehm wie eine Fleischwunde, die sich infiziert hat. Es wäre cool, wenn man mehrere random Leute, so wie Ketos oder die asarische Pathfinderin, aufnehmen könnte ins Team. Ich wusste nicht eine richtige, wichtige Rolle spielen mit Gesprächen und Flirten und Romance. Aber, naja, doch eigentlich. Doch eigentlich. Aber trotzdem. Drei und da. Glückwunsch. Sorry, Bro. Sloan hätte sie an dem Tag töten sollen, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Sorry, Bro. Ich wollte nicht, dass es so läuft. Es tut mir leid. Sparen Sie sich Ihre Entschuldigung. Sie waren dabei. Sie hätten sie retten können. Aber Sie haben es nicht getan. Warum nicht? Hm. Sloan hat klar gesagt, dass sie der Nexus niemals vergeben wird. Wie lange hätte es wohl gedauert, bis sie der Initiative den Krieg erklärt hätte? Anscheinend nicht lange genug. Sie sollten darauf hoffen, dass der Scharlatan mich tötet, Ryder. Denn falls ich hier jemals rauskomme... Leben Sie wohl, Kates. Hm. Sloan hätte sie an dem Tag töten sollen, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Geben Sie nicht mir die Schuld. Sloan war mit dem Duell einverstanden. Ha. Ein Duell. Ich weiß, was passiert ist. Der Scharschütze, der abgedrückt hat, hat es mir brühwarm erzählt, als ich eingesperrt wurde. Sie waren dabei. Sie hätten sie retten können. Aber warum nicht? Ich mochte sie einfach nicht. Sie sollten darauf hoffen, dass der Scharlatan mich... Okay. Ja. Sorry, Bro. Okay. Ich schätze, das war's hier. Vielleicht wird Bibi fertig sein, wenn ich... ...wieder zurück am Schiff bin. Aber, boah Cora. Vettra fühlt sich hier wahrscheinlich wie zu Hause. Sie bewachen nicht den Nomad? Nicht nötig. Es hat sich herumgesprochen. Ich frage mich, welche Veränderungen es in Cadera geben wird, jetzt, wo Reyes das Sagen hat. Wahrscheinlich wird es noch mehr Intrigen und Geheimidentitäten geben. Er hat einen Trend gesetzt. Ryder. Er hat Sloan Kelly kaltblütig ermordet. Wir dürfen nicht vergessen, was er ist. Ja. Ja. Ich mag ihn auch nicht. Okay. Jetzt sind wir offiziell fertig. Mit dieser Folge. Ich gebe es auf Schiff. Ich glaube, jetzt ist er schon wieder eine Stunde um. Hey, Vettra. Auch wenn wir einen Draht schon gefunden. Seien Sie vorsichtig, Ryder. Ich weiß, Sie glauben, dass Sie im Scharlatan einen Verbündeten haben. Aber er hat Sie schon einmal belogen. Ja, wir wissen es alle. Wir machen ihn. Wir mögen ihn nicht. Oh, ich werde die Politik auf Cadera definitiv im Auge behalten. Ich lasse mich nicht benutzen. Oder blenden. Dann ist es ja gut. Falls Sie irgendwas brauchen, melden Sie sich einfach. Okay. Viel Saat. Vielen Dank.